Wo kommen Sie gerade her? Ich komme gerade aus meinem Büro. Da habe ich mich gerade eben mit dem Genossenschaftsrecht befasst, weil ich in meinem anderen Leben neben der Kultur- und Medienpolitik ja noch Rechtspolitik mache. Wie viel Zeit hat man dafür, mal am Stück Dinge zu durchdringen? Oder ist der Alltag dann doch geprägt durch sehr viele Termine, Druck und Hetze? Naja, die meisten Tage sind schon relativ voll, von einem Termin zum anderen. Vor das Thema, was wir jetzt gerade hatten, nämlich eine Novelle im Genossenschaftsgesetz. Da steht eine Anhörung im Mai an und da müssen wir natürlich dann mal ein Stück zusammenhängend hinsetzen, die ganzen Stellungnahmen lesen, die Anhörung vorbereiten. Also solche Blöcke muss man sich dann auch ab und zu mal schlagen, sonst ist man ja nicht gut vorbereitet. Die meisten Termine sind halt Aufnehmen von Themen und das muss man halt irgendwie noch verarbeiten. Wie lang gehen die Tage bisweilen, wenn sie zum Sommer ist? Wie lang sind Sie bis in die Abendstunden unterwegs? Naja, wir haben ja jetzt erfreulicherweise mittlerweile wieder Sommer oder zumindest den Beginn davon, Frühling. Sprich, dieses im Dunkeln aus dem Halles im Dunkeln zurück ist zumindest nicht mehr ganz so extrem. Aber man kann schon eigentlich sagen, es geht früh sehr zeitig los und im Regelfall bist du dann so bis 10, 11 abends beschäftigt. Zuletzt sitzt du dann irgendwie noch am Schreibstisch über den Mail. Auf Ihrer Website habe ich einen Link gesehen zu einer Aktion Eltern in der Politik. Was ist diese Aktion? Was steckt dahinter? Letztendlich stelle ich mir das alles nicht sehr familienfreundlich vor. Das ist richtig. Das ist ein Job, der noch begrenzt familienfreundlich ist. Im Sinne von, man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man sich seine Lücken schlägt. Hinter der Initiative stehen Kolleginnen und Kollegen. In der Frühphase war ich noch nicht dabei, bin dann später mit dazu gekommen, die sich halt das Ziel gesetzt haben, sowohl hier im Bundestag als auch die politische Arbeit insgesamt ein Stück weit familienfreundlicher zu machen. Also das waren solche Dinge wie, dass hier im Bundestag beispielsweise ein Stillraum eingerichtet wird. Das waren solche Dinge wie, dass in den Anwesenheitslisten beispielsweise eben vermerkt wird, wenn beispielsweise eine Kollegin oder ein Kollege in Elternzeit ist und deswegen Abstimmungen versäumt und nicht einfach nur als nicht da geht. Für mich aber mindestens genau so wichtiges Satzstück, dass wir versuchen, wo wir politische Veranstaltungen organisieren, beispielsweise ich als CDU-Preisvorsitzender, dass wir dann versuchen, gewisse Rücksicht zu nehmen. Zum Beispiel eben die Kinderbetreuung anzubieten bei einem größeren Veranstaltungsverbot. Anfangs- und Endzeiten, nicht nur den Beginn von Versammlungen, grundsätzlich keine Veranstaltungen an Sonntag anzubieten. Also ich zum Beispiel habe mir das schon lange zur guten Praxis gemacht, dass ich sonntags als einzigen Tag eigentlich, bis auf ganz wenige Prozesse freiheitlich versuche. Wollte ich gerade fragen, ob es dann heilige Tage gibt und wo man sagt, da bin ich auch mal als Politiker nicht verfügbar. Also der klassische Sonntagsfrühschoppen findet dann im Zweifel nicht statt. Geht aber auch. Was mir aufgefallen ist, zu Beginn der Legislaturperiode hatten Sie noch keinen Ort. Jetzt haben Sie einen, ist es Faulheit, sind Sie Hipster oder müssen Sie Sorgenfalten verbergen? Ja, die ist noch ersteres. Also Spaß beiseite. Das ändert sich in einem gewissen Rhythmus. Und ja... Aber die Sorgenfalten sind es nicht. Die Sorgenfalten sind im Zweifel in den letzten zwei, dreieinhalb Jahre so gekämpft. Also Spaß beiseite. Die Legislaturperiode, die ja nun fast zu Ende ist, hat durchaus Freude gemacht. Obgleich die Große Koalition völlig anders war als die andere Große Koalition, die wir zwei Legislaturperioden so vor hatten. Also sprich, obwohl es im Kleinen sehr kollegial war, war insgesamt so mehr Feuer drin. Meinem Eindruck nach war es weniger konstruktiv, weniger miteinander als auch hier und da gegeneinander. Aber jetzt sage ich mal, Sorgenfalten müssen wir keine haben. Und zum Land geht es gut. Viele Dinge haben sich weiterhin zum Positiven verändert in den letzten Jahren. Wir stehen auch jetzt, sage ich mal, als CDU, CSU so schlecht nicht da zu Beginn des Wahlkampfes. Und nee, damit hat das alles nichts zu tun. Sie sind ja Kultur- und medienpolitischer Sprecher. Welche Themen liegen Ihnen in diesem Bereich besonders am Herzen? Oder was wurde in den zurückliegenden dreieinhalb Jahren alles gemacht? Ja, ich sage mal, Kultur und Medien haben begrenzt ja auch miteinander zu tun. Aber ab und zu kann man es auch relativ klar voneinander abgrenzen. Insofern sind das halt zwei Arbeitsfelder, die wir in unserem Ausschuss haben. Die klassischen Kulturthemen einerseits, wo ich besonders immer versuche hinzuschauen, dass wir nicht nur über die großen Städte sprechen. Ich meine, hier in Berlin, ich sage ich mal, da kannst du faktisch von einer Oper zur anderen springen. Es gibt so viele Kultureingebote. Aber wir sind halt Kulturland in der Fläche. Und das ist die große Herausforderung, glaube ich, für Politik, Bundespolitik, Landespolitik, Kommunalpolitik, dass wir als Kulturland in der Fläche Kulturland bleiben. Und da muss man halt dafür arbeiten. Und das haben wir uns als CDU und CSU ganz ordentlich auf die Fahnen geschrieben in diesem Bereich. Im Medienbereich sind es vor allem Themen, die mit der Digitalisierung zu tun haben. Also, ich sage mal, beispielsweise, das immer weitere Verschwimmen der Grenzen zwischen online-angeboten und klassischen Fernsehen ist natürlich ein Thema, was uns massiv beschäftigt hat. Das ist schon die Bund-Länder-Kommission, die wir parlamentarisch begleitet haben. Proheber-Rechts ist immer ein Thema. Auch wenn das Politik in der Rechtspolitik ist, ist das natürlich eine Sache, die man als Kultur oder als Medienpolitiker ziemlich interessiert. Und wie gesagt, das ist eine Dauerbaustelle. Was nicht zuletzt noch etwas damit zu tun hat, dass wir natürlich so ziemlich mit jedem Koalitionspartner und mit jeder im Bundestag vertretenen Fraktion dort auch erhebliche Unterschiede in der Herangehensweise in den politischen Positionen haben. Merkt man dann jetzt auch, dass der Ton nochmal anders und optimal näher rückt? Oder sind das dann letztendlich eher Sachthemen, wo das politisierende, politische auch manchmal draußen bleiben kann? Es gibt nach wie vor Sachthemen, wo man ganz sachlich miteinander was erreichen kann. Der Kulturausschuss ist traditionell ein Ausschuss, wo wir versuchen, ein bisschen auf Zwischenmenschliche zu achten. Aber man merkt natürlich schon, dass im Vorfeld der Wahlen die parteipolitischen Spielchen ein bisschen intensiver werden. Wir hatten beispielsweise gestern, rund um das Freizeit- und Einheitsdenkmal, einen Versuch der SPD, unsere Staatsministerin da ein Stück weit schlecht dastehen zu lassen. Den müssten wir natürlich dann relativ schnell, relativ hart auch kontern. Gleichwohl werden wir uns heute wieder zum Berichterstattergespräch zusammensetzen, weil wir müssen ja irgendwie die Kuh vom Eis bekommen. Aber man merkt schon, dass Wahljahr ist. Sie haben die Staatsministerin erwähnt, die ja hier rechts von uns im Kanzleramt hier im Büro hat. Sind Sie da auch öfter? Oder wie läuft der Austausch zum einen mit Staatsministerin Grütters, zum anderen auch auf Landesebene? Also zum einen habe ich ja das große Privileg, dadurch, dass die Staatsministerin auch Parlamentarierin unserer Fraktion ist, dass wir unsere Arbeitsgruppensitze, unsere Sitzungsmöchentlichen mit ihr gemeinsam veranstalten. Wir stimmen uns natürlich auch sowohl als Koalition als auch den unionsinternen Teil regelmäßig ab. Also sprich, ich bin da in der Tat ab und zu, aber sie ist mindestens genauso oft bei uns im Parlament. Es gibt den kleinen Dienstweg, sprich, man ruft sich das eine oder andere Oma schnell zu. Das ist eine sehr gute und geübte Zusammenarbeit. Sie kandidieren wieder für den Deutschen Bundestag? Ja, meine Mitglieder haben mich wieder aufgestellt. Und das Ziel ist, logisch, den Direktwahlkreis zu holen, so wie die letzten Male. Freuen Sie sich auf die heiße Phase des Wahlkampfs oder haben Sie auch Respekt vor der dann doch intensiven Zeit, wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Sonntag, der geopfert werden muss und ohne Familie stattfindet? Das ist klar, in Wahlkampfzeiten ticken viele Ohren ein Stück weit anders. Also ich sag mal, freuen ist irgendwie das falsche Wort. Im Sinne von, es ist eine Zeit, in der man viele intensive Begegnungen hat, die man sonst nicht in diesem Maße, in dieser Intensität hat. Es ist alles politisierter, aufgeladener. Man merkt irgendwie hinterher zumeist, so geht es mir, dass dann irgendwann der Akku ganz schön leer ist. Aber die Wochen davor, bis zum Wahltag hin, hat man irgendwie immer das Gefühl, einer geht noch. Ja, steht natürlich auch dahinter, so nachdem man jedes Gespräch mehr, was du führen kannst, jeder Bürger mehr, mit dem du reden kannst, könnte ja die entscheidende Stimme sein. Also das ist irgendwie alles Tunnelblick und durch. Und irgendwie ist man dann aber am Ende auch immer froh, wenn es vorbei ist. Vorausgesetzt, das Ergebnis war vernünftig. Absolut. Vielen Dank, wir sind am Ende der 24 Meter. Letzte Bitte. Gibt es noch jemanden aus Ihrer Bundestagsfraktion, den oder die Sie empfehlen würden? Na jedenfalls die kultur- und medienaffinen Kolleginnen und Kollegen, also sprich die Mitglieder meiner Arbeitsgruppe, mein Obmann Ansgar Heveling beispielsweise oder auch unsere Berichterstatterin für den Musikbereich, Yvonne Magwas, die wie ich aus Sachsen kommt. Die beiden würde ich jedenfalls empfehlen. Dann werden wir die anfragen. Vielen Dank. Herzlich gern. Vielen Dank. Vielen Dank.